und das kommt genau. Jetzt ist es ein Fettkotik. Und dann ist es in der Luft auf, und dann ist es ein Fettkotik. Wie war das? Wie ist es für mich? Ich finde es an den einen Film des Chips. Wie haben die Fettkotik? Wie ist er? Doch die haben einen Fettkotik. Das ist für mich! Nein, ich bin der nächste Fettkotik! Kebab und die haben kebab Sind wir alle drinne? 1, 2, 1 4 plus Ich seh nicht alle Drück Leertaste, kurz Leertaste drücken Dann seht ihr rechts, sieh nix Müsste man natürlich noch wissen Wir alle sind uns ins Quote, ne? Gunman fehlt noch Alle bis auf Gunman Ey, spinnt drin, jemand Der Proko ist im Gelieb Ja, stimmt, das ist AFK Oh, eh, dass der AFK sein Luft wird Je, dass Marvin drauf ankommt, ist der AFK Naja, pokern Ja, ne? Gunman, Hubschauer, Hubschauer, Hubschauer So Ja, Nova hat ja den Osten Nee, wir können doch nicht abheben Aber wir hören mal, aber wir hören Ja, dann muss ich doch keine Helden strecken Gunman ist unter Wuschauer Na, dann komm rin, Junge Komm nicht drücken, nein Warte, ich seh an mich ab und rette ihn Warte, ich seh an mich ab und rette ihn Ja, wenn wir rein Wenn du dich weigert, hier reinzukommen, ist das Befehlsverweigerung Werde ich da läschen? Nein, dann werden wir auf dir landen Hu-hehe Rinn, Junge Joo G-hm Was, Alter Kannst du mal gucken, ich hab, ich seh da hinten ein Paar Kisten Ob du die vielleicht so woanders startet möchtest Ha-eeeeh Möde, sag mal, Mila, er soll den Hubschrauber nochmal hier landen lassen. Jetzt kommt er nicht raus. Nee, der lässt den Hubschrauber drüber nochmal landen. Volle Kalle nach unten jetzt. Gibt mir deine Hand. Jawohl. Tja, es kommt davon, wir haben auf Gras, wenn die Mission startet. Kadi, wir haben den Piloten mit einer Waffe bedroht. Ja, landschen sie diesen Bus. Ja, dann sag mal durch hier, Go-Go. Das ging ja fix. Gar nicht, hast du gut gemacht. Da hast du mich mal gespannt, ob wir ankommen. Jetzt, und 200 Meter über dem Zielgebiet hält der den Heli an und skriptet uns in den 4000 Meter Halo-Jump rein. Ich glaube eher, dass wir die Retten dann werden. Nee, wir springen aus dem Heli raus und ein Meter vom Boden werden wir dann hoch teleportieren. Ich kann nicht verkehrt zu Fahrtippen sitzen. Das geht nicht. Das wird nicht schlecht. Ja. Hey, Ganni, Ganni, das kotzt mich echt an. Was soll eine Tür zum rausgehen? Okay, Markus, steig kurz aus, damit Ganni wechseln kann. Ich sitze ihm gegenüber. Ich glaube, die Sache kotzt mich irgendwann an. Ist doch egal, du bist dein Medic. Du weißt, wie es ist, bis zum Queen kotze zu stehen. Ist keiner von euch vielleicht den Film alles erlaubt gesehen, oder? Als Medic habe ich natürlich den kotze Abwischenlehrgang mitgemacht. Ich bekomme einen Nies-Anfall. Schnell raus, schnell raus. Ich kriege Rotter am Helm. Tja, er hat seine Schutzbrille nicht dabei. Also die Szene, die ist königlich. Also kaiserlich. Das ist abartigend. Also ich glaube, dass der Pilot auch noch nicht mit deinem Navi so klarkommt. Oh, wie geil ist das denn? Was macht denn mein Kopf? Könnt ihr das sehen? Du drückst ihn an die Brust. Weil ich kann, äh, wenn du weit genug nach unten guckst, Ja, nach rechts und links, kannst du mit dem Kopf praktisch so im Kreis drehen, dass eigentlich dein Nacken vor dir ist und nicht hinter dir. Knock. Was macht mein Kno... Was macht mein Kopf? Scheiße, das ist der Feind, Knock. Machierer-Praktiker. Ja, mit einer Lienfield in der Hand. Genau. Der, der renkt dich wieder ein, du. Der bringt dich in die Waagerechte. Boden legen und mit dem Schaft den Nacken oder was? Mit dem Gewehrkolben. Ja, genau. Mit dem Gewehrkolben, den Nacken massieren. Kult. Tut's noch weh? Nein, 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 nein. Schon viel besser. Mit dem Bajonett ein bisschen, äh... Die Nerven massieren. Massieren. Akupunktur mit dem Bajonett. Bajonett-Hur. Was? Nein, das... Wieder, wieder können wir nicht machen. Das ist so, dass du schon am Samstag, dann verbunden, schreien. Oh, das ist, ähm... Aus meiner Sicht, das ist jetzt schon verboten. Wenn mich denn erreicht hat, dann... Okay, genau rechts von uns ist eigentlich das Haus, ne? Ich bin auf der gesamten Karte auch noch zu schicken, da. Ziehen einer aus. Warten. Aus. Warten. 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 Wie kann ich dich machen? Da ist das Haus. Da, wo du denkst, jetzt rausfliegenst. Wir landen auf dem Dach. Okay, auf der rechten Seite ausspringen. Warum kann ich nicht aufstehen? Ja komm, macht hier Bluthochstoffen beim andern auf vielleicht, nicht wegrennen. Der Rest schaut nicht zu, sondern sichert. Hier ist es mein Turm. Verwände müssen wir anlegen. Habe recht, mach drauf. Schick, der ist völlig weg. Scheiße. Markus? Markus? Machen wir das Zeug, ja. So, wer von euch Pistehelgen hat gesagt, rechts aussteigen? Ich? Ja, mitten in dem Minigun rein. Danke! Tja, ich bin rechts ausgestiegen, mir ist nichts passiert. Ich bin rechts ausgestiegen, du bist sofort tot. Du bist nicht tot, du hast bewusstlos. Äh, ich bin... Das ist ein markanter Unterschied von, äh, noch was sehen. Warum bin ich eigentlich als Marksman denn mit so nem scheiß LCO in nem scheiß Gebäude drin? Äh, God knows. Da drüben sind unsere Leute. Richtung... 110. Och, ich roll mich hier grade so bequem hin und her, ich werd mich da noch bissel hin und her rollen. Ja, wir sind eine Rollade, ne? Haben wir die 90. Sunny irgendwie, oder was? Ja, der eine Sunny liegt hier und der andere Sunny ist da. Und der eine Sunny macht grad was mit dem anderem Sunny. Sodass der Sunny was mit dem Sunny wieder mal jemand anderen was helfen kann. Oh! Wer brüllt hier rum? Oh, wir kriegen ne Kiste. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Dankeschön. Was für ne Kiste? Ruhe. Geh lieber weg. Boah. Boah. Äh, möglich, dass ich verpackt bin oder so. Geht das? Kann das sein? Hey, warte mal. Ja, jetzt hat's klappt. Warte mal, Untersuchung. Endlich, yesa, danke dir. Okay, bis gut. Gunman. Du Gun, für mich? Ja. Erste Hilfe, Mann. Ist uns alle klar? Zwei Minuten. Medical Supplies. Äh, Supplies-Supplies-Supplies. Was für ein Zufall, dass er natürlich hier auf dem Dach steht. Cool, Markus, ich hab dich bandagiert, ich hab dir EP gegeben und ich hab Morkfilm gegeben und ich hab nichts verloren. Geil. Darf ich doch mal... Kann das sein? Ach, du hast meine Vorräte genommen. Das ist gut. Hahaha. Wenn du... Äh, ja, so wie es in Wirklichkeit halt auch ist. Wenn derjenige das da hat, wird's aus seinem Vorrat genommen. So, bin wieder vollständig. Möre. Äh... Irgendwie ist es zu ruhig. Ja, hier. Also, ich hab vorhin einen Schrein gehört. Also, ich hab vorhin einen Schrein gehört. 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 Hä? Oh, Gunman, jetzt werd mal heile, ja? Bin voll in den Strahl gesprungen. Was? Das ist aber gut gehalten. Mittelstrahl? Von wo haben wir eigentlich mit Feinden zu rechnen? Aus dem Haus. Äh, Sanitäter mich auch mal checken. Ja. Kann man nochmal untersuchen. Ja. Passt. Danke. He appears fine. Möre, du bist in Norden. Ich hab einen Medipack verloren. Oh mein Gott, das muss ich sofort nachgerüsten. Oh, einer. Ja, dann können wir doch jetzt hier stürmen, oder? So, Leute. Fertig? Nein. Nein. Ja, dann hopp. Reden ins Geburt. Ich bleib hinten, ich bin Sanni. Markus geht vorne, dann haben wir einen Medipack vorne und einen hinten. Okay. Nein. Äh. Jetzt schon zu viele Löcher, Jupp. Haha, alle zu. Oh. Wer getroffen ist, sofort zurück. Keinen zweiten Schuss kassieren. So, jetzt, äh. Der mit der Pistole geht vor, das wird Tizzle sein. Bingo. Was ist der Kameramann da vor? Äh, so, dann ist hier, wer eiert denn hier rum? Halt, wird nochmal stehen. Ach, ein Glück bin ich sein Schütze. Er kann schön hinten bleiben beim Häuserkampf. Soll ich hinterher? Ja, er ist hinterher. Danach gehe ich, danach geht der in die Schütze. Danach, äh, ja, wer heißt denn da noch hinten? Ja, Berliner ist auch noch da. Neid bringen, äh. Warte mal, Berliner, gehst du vor und dann kommt der MG Schütze erst. Und dann komme ich. Na los Berliner. Und die Sanis bleiben hinter uns. Jo. Jo. Wir gehen Rückendeckung. Genau. Von dem gefährlichen Dach raus. Ich denke gar nicht. Nein, ihr kommt hinterher. Ihr kommt hinterher langsam. Nicht essen. Nein. Nein, nein, nein. Ihr bleibt, ihr bleibt aber am Hausflur, wenn's geht. Ja. Etage für Etage, wa? Ja. Treppenhaus, diese Etage, klar. Schau rein. Passt. Erste Etage sichern. Also diese oberste Etage sichern. Erstmal. Gehen wir einen Weg oder teilen wir uns auch? Äh, zweimal links, zweimal rechts. Recht geht rechts. Wer das macht das mir egal. Wer ist das? Famous Broccoli? Wer ist das? Sanitäter, ihr bleibt hier im Hausflur. Jo. Verstanden. Haltet die Treppe im Auge sicherheitshalber. Zauber. Verstanden. Treppe ist noch da. Oh man. Konzentriert euch. Mach mal doch. Es kostet nicht wirklich viel Konzentration, die Treppe zu beobachten. Gar nicht. Läufst du viel lang? So. Klar. Taser weiß Bescheid. Klar. Ich hab wohl ne Deckung rein. Ja, was will ich mit nem RCO? Ich hab ne Pistole. So, wie sieht's aus? Du kannst auch das RCO nach jemandem werfen. Hallo. Was ist das? Fing mal ne Meldung? Stirb an Zoom. Hey. Du hast die tollste Nächste Etage. Gani. Gani! Vorher! Da wei, da wei, da wei! Begin. Treppenhaus, clear. Treppenhaus, ganz klar. Gani's Rücken zur nächsten Ebene runter. Der way to heaven. Klar. Vor... Hab einen! Woah, woah, woah! Komm zurück! Irgendjemand wurde übelst beschossen gerade. Ja, gar nie. Ich weiß auch nicht von welcher Seite. Von links. Oh, der hat recht viele gefressen. Ausgeschaltet. Lebt der noch? Ja. Ich leg Verband an. Okay. Wolltest du nicht lieber aus der Gefahrenzone rausziehen? Ich bin die Gefahrenzone. Alles klar. So. Er hat Bandage bekommen. Berliner, ich bin hinter dir. Soll ich... Ich schnapp ihn mir mal, ja? Ich versetz ihn nochmal in Gnadenschuss hier, den Typen, weil er noch lebt. Komm jetzt hier rein. Ja, ist es sicher? Oder soll ich noch warten? Oh, der ist hier rechts im Raum drin. Warum kümmert sich jetzt keiner um Gunman? Ja, es ist hier hier, ja? Ich dachte, ihr wollt ihn ins Treppenhaus ziehen. Keine Ahnung. Leute, wir müssen erst mal versorgen. Ich bin hier einfach. Hellgang ist für eine Granate. Keine Granaten im Haus. Keine Granaten im Haus. Nee, nee. Achtung! Ah, nee. Das ist einer, der die Hände auf dem Kopf hat. Irgendeine Geisel. Bombe! Der hat sich vielleicht ergeben. Das gibt's ja... Ich werde beschossen aus dem Gang. Die schießen in den Gang rein. Ich bin schwer verwundet. Ich muss mich selber versorgen. Ist der im Gang oder im Zimmer? Der ist im Zimmer. Und guck den Gang runter. Der ist genau rechts neben dir. Durch die Tür. Warte. Ich versuch was. Geht nicht. Wollte schauen, ob ich da auch noch drum reinkomme. So. So. Brauch Hilfe. Gott. Ja, du kommst zu dir. Äh, zu dir. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Jetzt kommt mal erste Hilfe. Es dauert noch ein bisschen. Ja. Äh, kannst... Broccoli, kannst du zur Möhre gehen? Moment nicht. Schnell, schnell, schnell. Ja, ich verbinde... Ich verbinde mich selber gerade. Ich kann jetzt gerade... Die haben da zwei Sachen. Ja, ich bin angeschossen worden. Ich bin schwer verletzt und kann nicht gehen. Ich kann die erste Hilfe ja schlecht abbrechen. Oder geht das? Nein, mach weiter. Nicht abbrechen. Wann ist das hier? Was hast du ihm schon gemacht? Dass er nicht verbluten geht, ja. Ich war als verbannt? Ja. Eben. Ich gebe Stabilisier sollte jeder können. Hat das erste Hilfe immer so Ehrigkeiten, oder? Kann ich das weglassen, erste Hilfe? Äh. Ich würde... Ich lasse es immer weg, wenn derjenige noch gehen kann. So. Was macht denn das? Das verbraucht ein Medipack, ja? Ja. So, okay. Bin unterwegs. Braucht Morphium auf jeden Fall noch. Und ne Kompresse und wahrscheinlich auch ein Medkit. Das volle Programm. Ich mach jetzt Morphium. Okay, ich mache... Ich mache EP. Darf ich den hier hinrichten? Na, ist das nicht einer von den Gefangenen? Was ist denn mit der Etage hier? Ich weiß es nicht. Negativ. Nicht sicher. Nicht sicher. Ja, den wir rein müssen. Ja, dann guck... Sehr gut. Der sieht ziemlich tot aus. Ja, dann... Überfliegen. Sehr liebensgewützig. Bei euch auf eurer Etage ist einer. Der ist Hilfe. Oh, hier muss einer sein. Hinter. Raum leer hier. Wo seid'n ihr alle hin? Im Gang. Hinter einem Fahrstuhl. Ja, ich bin jetzt... Ja. Ja, ich bin jetzt... Möre, bist du schon wieder wach? Ja. Funk mal an, ob das ein Taki ist, den wir mitnehmen sollen. Wenn nein... Dann würde ich sagen, brauchen wir den nicht mehr. Raum sicher. Oh, da ist einer. Sehr schön. Nicht nachgeladen. Und Möre, wie sieht's aus? Der frisst immer noch ein Medikit. Na, ich mal mitm Funk. Kannste da funken? Ausgeschaltet. Möre, oder? Äh... Okay. Information hab' ich erhalten. Und? Sie sehen so aus wie die Typen hier, aber sind unbewaffnet. Ja, dann nehm' ich den mal mit. Put, 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 put. Hey, guck' mir mal neun Bimbo an. Hm. Kann mir nicht folgen. Zumindest ein bisschen. Was? Woher denn? Rechts. Fuck. So, jetzt kannst du mich wieder flicken. Der ist in der Ecke. Woah. Scheiße, schreck mich doch nicht. Oh, die sind hier alle umgefallen. Dann wird er hier rechts im Raum sein. Ich seh' hier keinen. Ja komm, Leute. Was ist denn das? Wo kommt das her? Oh. 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 Oh ja. Wo kommt denn der her? Sani! Oh. Oh, ich bin aufgewacht. Da ist mich wieder bewusst. Achtung! Mörder Oh Al-Khafar Oh, oh, oh. Ah. Oh, Tarsel wacht wieder auf. Das ist einen, der mithelfen kann. Treppenhaus, kommt fort. Ich brauche aber noch einen Verband, ich blute, bevor ich wieder ohnmächtig werde. Ich habe keinen mehr. Ich habe keinen. Doch, ich habe nur einen, meinen letzten. Ihr seid im dritten. Ich bin schnell runtergeklettert, habe zwei unter euch getötet. Sani. Wir brauchen hier ganz schnell einen Sani, hochkommen. So, helfen, helfen. Nein. 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 Vielen Dank.